ja hallo hier ist wieder tuxacher.de willkommen auf meinem video kanal und heute soll es ein bisschen mehr in richtung video gehen ich habe vor ein klein wenig mehr in video einzusteigen und deshalb wollen wir heute ein klein wenig über smallring sprechen die firma die mit angepassten cages also käfigen für die kameras sowohl dslr als auch aber vornehmlich systemkameras das optimale zubehör bietet um weiteres zubehör was man nun mal für video benötigt an der kamera zu befestigen und ich habe mir sozusagen um da mal rein zu kommen ein starter set bestellt dass wir jetzt einfach mal auspacken ja dann packen wir hier mal das erste paket aus mal schauen was da drin ist da ist also der cage drin hier der imbruchsschlüssel mit dem die kamera zusätzlich an der öse für den kameragurt befestigt wird und hier der eigentliche käfig mit dem stativgewinde unten und ihr seht schon wie der ausgespart ist dann im zweiten paketchen befinden sich jetzt zwei weitere teile und schauen mal nach was hier drin ist manchmal hat man da kleine schwierigkeiten okay hier ist der kleine kugelgelenk kopf drin mit einer rosette also eine art zahnrad dass die ganze geschichte sehr sehr stabil hält sondern zum schluss da müsste dann das händel oder der handgriff drin sein der sich mit einer art schnellverschluss oben an dem cage befestigen lässt auch der bietet oben an kohlschutz für weiteres zubehör so ich habe das natürlich hier schon montiert und wir sehen könnt hier und top und hier von den seiten ist das ein set was sozusagen überall lächer für die befestigung weiterer zubehörteile bietet ihr seht hier unten schon eine schnellwechsel platte montiert das bleibt natürlich auch offen und die dieser cage von smallrick ist optimal auf die kamera angepasst das heißt er passt sehr sehr gut und lässt aber auch gleichzeitig alle bedienelemente offen das heißt ich komme hier an der seite an hdmi mikrofoneingang und so weiter dran auf der seite komme ich an die speicherkarte dran und selbstverständlich komme ich auch ohne diesen cage demontieren zu müssen natürlich auch wieder hier an das akkufach heran durch diesen cage alleine liegt das liegt die kamera schon ein klein wenig besser in der hand und da kann man dann schon mal durchaus riskieren freihand aufnahmen zu machen vor allen dingen weil auch die hier verwendete lumix g 81 nicht nur die objektive stabilisiert sind sondern auch der kamera bei die selbst ja hier oben sind schon zweimal eine zubehörschuh zu erkennen das sind natürlich cold schuh so genannte also kontakte in denen ich zum beispiel hier ein mikrofon montieren kann aber bei den ausgepackten sachen war ja noch mehr dabei und zwar ein so genanntes händel das schieben wir jetzt einfach mal hier drauf und rasten es ein und da liegt die kamera schon ganz anders in der hand und hier an dem händel ist oben ist dann noch mal ein zubehörschuh für die befestigung weiteren zubehör und dann zum guten schluss macht man dann noch mit dem kleinen winkel an so ein kleines bisschen fest dreht dann kann ich den auch anders einrasten lassen so und dann habe ich jetzt hier eine ideale kombination für die kamera samt monitor montiert die sich auch so ganz gut trägt und auch letztendlich da sie ja doch jetzt ein kleines bisschen schwerer wird sehr zur stabilisierung der gesamt gesamten geschichte beiträgt bei ersten aufnahmen die ich jetzt draußen gemacht habe ich zeige euch das hier mal klappte das schon relativ gut man muss natürlich üben weil es doch etwas ungewohnt ist die kamera so zu halten man erreicht auch ein klein wenig niedrigeren standpunkt ich habe jetzt bei dem beispiel hier mal die sonnenblende hier normalerweise zu dem monitor gehört weggelassen aber die muss man natürlich normalerweise bei zumindest bei sonnenschein drauf haben um reflektionen auf dem monitor nach möglichkeit zu vermeiden das ist jetzt so art mein einstieg in ein bisschen mehr video ich hoffe mal dass mir das zusagt obwohl ich natürlich jetzt schon weiß das video sicherlich anspruchsvoller noch etwas schwerer ist weil man nicht nur die gestaltung eines augenblicks am motiv vor sich hat sondern mehr in szenen denken muss aber ich will es einfach mal probieren und wenn mir das dann gefällt bietet dieses mal system genügend ausbau möglichkeiten für die spätere zukunft und bis auf das cage also den eigentlichen rahmen um die kamera sind alle weiteren teile ja auch an anderen rahmen weiterhin nutzbar so wäre zum beispiel vorstellbar eine montierung für eine externe stromversorgung und 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 so dass man hier wirklich sehr sehr gut auch freihand filmen kann bedingt durch das ja etwas höhere gewicht der kombination kommt da alleine schon ein klein wenig mehr stabilität herein und ich denke mal die doppel stabilisierung also stabilisierung sowohl im objektiv als auch im body der kamera trägt das übrige dazu bei ja das soll es auch schon für heute von mir gewesen sein zu diesem system wie gesagt stellt für mich nur einen einstieg da und wenn ihr dazu fragen habt platziert die gerne in die kommentare oder auch in die kommentare zu dem passenden blog post und ansonsten sage ich für heute bis zum nächsten mal ciao tuxache bis zum nächsten mal